Was geht aber Leute? Willkommen zu einer Folge, heute spielen wir meinen Film und ich würde sagen, wir lernen nicht viel rum und machen unseren eigenen Film können wir hier machen. Und zwar können wir jetzt hier mal zu Avatare gehen und können, das sind alle meine Freunde, dann, ich würde sagen, dann nehmen wir doch gleich die, die gute alte Banane, wenn ich sie finde. So, hier haben wir ihn, drücken wir auf Verwenden, dass wir sie hier sehen können, können wir den jetzt hier rumziehen, drehen und machen, was wir wollen mit der Banane. Und ich würde sagen, wir machen dann hier so, da gibt es so ein Furzgeräusch, Furz. Nee, warte, fort. Warte, Leute, ich muss kurz schauen. Ja, ich, ich lass den Sound noch für, also warte, wir machen das hier und jetzt geben wir hier Fahrt ein. So, warte, jetzt mal ein bisschen einmal für euch, ein bisschen, damit ihr es hört. Ja, okay, ich glaub, ich glaub, das nehmen wir. Deswegen, Fahrt. Okay, nein. Leute, wer, oder hat das hier? Oh, der ist gut. Der ist gut. Dann macht's hier, wenn, wenn Fabian lässt, also Banane lässt einen Krankenfurz. Kann ich... Okay. Kann ich hier irgendwo, wann das abgespielt wird, oder wird das... So. Ja, okay. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir hier so einen Sound. Kann ich den irgendwie... Was denn halt... Sieht man den? Nee, man sieht den da nicht. Okay. Bild. Dann nehmen wir hier so, so einen Cheeseburger. Und dann hier so eine... Oh. Cheeseburger. Was so good. Wir machen das hier. Ich weiß nicht, ob man so Cheeseburger schreibt, aber... Ich mach das hier auf Englisch, damit mehr Leute unseren tollen Film sehen. Und dann macht er... Jetzt lässt er so einen richtig... Warte, wir machen am besten... Oh, wie machen wir das dann? Irgendwo eine Bank brauchen wir. Keine... Banke... Bank, Bank jetzt, aber... Nein, keine... Ich war ne... Ne Park... Bank. Äh... Machen wir es so einfach, Chair. Okay. Können wir den hier irgendwie... Das... Äh... Ebene hoch. Nach oben. Genau. Das... Das jetzt hier. So... Das... Bananen. Nein, eigentlich muss er... Nein, eigentlich muss er ne Banane essen. Ich mein, er isst sich selber. Da, 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 da... Leute, hier noch. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. So. Dann löschen wir jetzt hier den Cheeseburger. Löschen. Und dann holen wir jetzt hier so ne Banane. So. Ich hab mich wegen dem Furz ein bisschen anders umentschieden. Und zwar machen wir das. Dann adden wir einen weiteren Clip. Äh... Ne. Das nehm ich wieder mit. Einen leeren Clip, ja. Weil dann, wenn wir hier... Dann passiert nix. Und dann, ja. Das ist wie eine PowerPoint-Präsentation. So. Äh... Dann... Animation kann hier nicht, ne? Ne. Okay. Okay, Leute. Leute, ich weiß wieder was machen. Dann, als nächste Seite... Bei der nächsten... Oh, warte, warte. Ups, Leute. Wir machen bei dem nächsten Clip... Machen wir den da. Kopieren wir den. Banane war so... Gut. Und dann machen wir hier Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird die Banane aufgegessen. Und die Banane... ...lässt einen fetten Furz. Dann kommt der Kellner. Das ist der Kellner. Okay, okay. Gut, gut, gut. Und jetzt brauchen wir nochmal den Furzklang. Das ist er. Ja. Dann haben wir jetzt hier nochmal den Furzklang. Der so Punkt, Punkt, Punkt. So. Äh... Nehmen wir dann den hier. Dann nehmen wir jetzt hier ihn hier. Und... Und dann... So, dann schreiben wir hier Waiter hin. Glaube ich heißt Kellner. Und dann sagt der Kellner zu ihm... Do you fought? Und dann, Leute, dann adden wir auch noch was. Und zwar adden wir dann hier noch so ein... So ein Fragezeichen. So. Boom. Kann man das in Weiß machen? Stil... Farbe... Weiß. So. Moment. Und dann gibt es irgendwie noch so ein... So ein... Und... Das ist alles kacke. Restaurant... Gibt es... Gibt es... Gibt es... Das ist doch gleich... Aber... Mh... Da bist du jetzt alles... Mh... 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 Mach mal schnell. So, Leute. Ich habe das jetzt hier alles gemacht. Und... So sieht es jetzt aus. Ich mache es sogar mit Sound für euch. Und spielen. Oh, der Banana was so gut. Na, Kacke, wie geht... Kacke, wie geht man weiter? Ja, Kacke, wie geht man weiter? Ja, Kacke, wie geht man weiter? Ja, Kacke, wie geht man weiter? Nein, so. No, I guess machen wir dann. Dann kann ich auch so eine Rede machen, ne? Das ist auch richtig cool. Aber wir nehmen... Aber wir nehmen das hier so. Oh, Leute. So, Leute. Dann haben wir jetzt hier sowas hin gemacht. So eine Sprechblase. Und das machen wir jetzt... So. Und hier machen wir jetzt auch noch... eine Sprechblase. Und welche von denen war das? Weil ich... Ja. Ich glaube, ich habe Speedbubble dafür eingehen. Welche habe ich denn dafür genommen? Ja, gut. Eigentlich wurscht, aber... Ja, komm. Wurscht. Nehmen wir... Ich glaube, das war die. So. Boom-Ebene nach oben bewegen. Kacke. Nicht, das... Ich habe gerade... Giga-Stress. So. Ah, ne. Ah, mhm. Die Farbe muss schwarz sein. So. Und jetzt... Was machen wir... Oh, der Banana... Geht das nicht größer, doch? Bisschen zu groß, ne? A little bit. Ja, ein bisschen groß halt. Wurscht. So. Dann nehmen wir einen weiteren Clip. Mit... Und dann... Und dann... Sagt... Er einfach... Einfach hier... Dies löschen wir hier so. Sagt... Er einfach... Ich brauche einen Text. Text? Okay. Wir brauchen dabei einen richtig geilen... Einen richtig... Dings. Irgend so einen Sound. So. Klang. Ich kann nicht mehr Effekte, oder was? Das ist ein... Ein Effekt ist Maximum. Wollt ihr mir das... Ich kann Musik. Alles... Nein, nein, nein. Musik ist wieder... Ich kann keine Soundeffekte. Schade. Ah, hier kann er noch so... So effektig. Und dann... Ein weiterer Clip. Da geben wir einen... Der End. Ui. So. Dann machen wir so ein... Yay. Gibt's das? Hey Leute, da habe ich... Ja eingegeben. Ui. 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 Bippt das weg. Hurra. Machen wir yay so. Oh yayy! Yayy! Das lebt mir. So es ist jetzt komplett anschauen. Oh die Banane ist so gut. so dumm wurscht wird schon passen warum ist das irgendwie richtig kacke dieser text hier wurscht veröffentliche ich was are you ready ja leute veröffentlicht wir müssen jetzt weil irgendwann wird hier unser ding erscheinen das ist jetzt hier noch von anderen oder man dann ja das habe ich auch hier gemacht die zwei zusammen die anderen gemacht bitte meins bitte meins der end oh mein zweifel ist so gut man hat den foto gar nicht gehört aber das hier hat er gehört oh mein gott zwei leuten gefällt dein video oh mein gott ich bin berühmt oha warte wo sehe ich das movies hier ich habe auch das da gemacht meine like ach so was ich geliked habe gesehene videos wie auch mal wie viele dinger alle von euch kann ich das irgendwie ja today rafael wants to play rainbow friends oh look there is yellow can you play some rainbow friends with me haha i love you this makes so much fun the end oh tolles rainbow friends dann haben wir hier noch rafael wants to eat a cheeseburger rafael will einen cheeseburger essen gleich da yummy oh look rafael is bester freund fabian ist hier er will den cheeseburger auch essen oh look jetzt ist rafael's mutter hier sie will auch den cheeseburger essen das ende das muss ich für 150 tickets das muss ich hier als nächstes abspielen nein löschen wir nicht das muss ich hier als nächstes abspielen für 150 tickets das muss sein es muss sein mein video muss hier abgespielt werden von allen leuten das wird jetzt so berühmt junge what the heck und ein gutes ging also zime unsere